Ich möchte an diesem heiteren Abend nicht versäumen, euch zu sagen, dass ihr mich wie ein Arsch behandelt. Otto, vielleicht lassen wir Arschloch lieber weg. Ist es dir zu grob? Wieso? Mir gefällt das, Mann. Du bist übrigens auch ein Arschloch. In jedem anderen Beruf wirst du raus. Die Leute wissen doch, dass ich saufe. Was sagt er? Der Produzent will, dass du doppelt drehst. Wie? Alles doppelt. Außer mit Otto noch mit einem anderen Schauspieler. Wenn er mich als Konkurrenten sieht, wird er sich Mühe geben, durchzuhalten. Das hoffen wir. Je besser ich also bin, umso sicherer werde ich in dem Film gar nicht zu sehen sein. Ja, leider. Weißt du, dass ich dich in den Film gebracht habe? Vielleicht machen wir alles nochmal, habe ich gedacht. Es lohnt sich nur für alles, was man noch nicht hatte. Das tut mir weh, nicht nur im Film. Otto Kohlberg, Arno Runge. Ich kenne Sie ja. Was siehst du? Das ist der Unterschied. Ich bin kein alter Mann. Ich will körperlich spielen. Das machen wir doch auch. Aber diese Diskussionen helfen uns nicht mehr auf. Wie spielst du dann körperlich, was? Wackst du mit den Ohren? Machst du eine schöne Handbewegung? Ich habe mich durch Lesen auf der Toilette gebildet. Leider konnte ich nicht so viel scheißen, wie ich hätte lesen sollen. Müsst du das nicht gefährlicher aussehen? Was ist denn los? Das ist ein Rieseneffekt. Otto, das ist ja nicht in Ordnung, Mensch. Otto, dann sollten wir es dieses Mal vielleicht nicht machen. Moment mal. Aus, aus, aus. Das ist ja nicht in Ordnung. Das ist ja nicht in Ordnung. Das ist ja nicht in Ordnung. Vielen Dank.